Welcher Song lief bei euch im Auto, als ihr zum Trainingsgelände gekommen seid? Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Ich bin mit Ali gekommen, der haben keine Musik gehört. Die Legende lebt. Durch den Monsum. Imagine Dragons, Natural. Die Legende lebt. Ever in the Binge, Girlfriend. Bei euch? Jumbo's Music. Ja, meine Playlist. Jumbo's Album. Wann kommt's raus, Jumbo? Ist schon draußen, ist schon draußen. Wo kann man's hören? Wo kann man's hören? Irgendwas Französisches. Amir. Me gustas tu, you know? Me gustas tu.